hallo ihr lieben ihr seht vielleicht schon heute haben wir noch mal die strukturpaste ich werde es bestimmt auch noch öfter machen ich muss mal schauen ob ich euch dann noch mal mit mitnehmen je nachdem was ich machen möchte ob es jetzt so ein normales jetzt noch mal ist wo ich euch die basics zeige oder ob ich vielleicht noch was anderes damit einfällt muss ich noch mal schauen aber ich wollte einfach noch mal eine andere figur ausprobieren wie gesagt manche machen ja eben hatte ich ja auch zu anfang die normalen halbögen die man auch überall sieht ich dachte mir aber wie sieht es eigentlich aus eben wenn man mal was anderes macht und hatte ja jetzt schon das herz mitgemacht was ich sehr schön fand und jetzt habe ich ein anderes zeichen im sinn gehabt das zeichen ist für mich eine schöne bedeutung das wird das unendlichkeitszeichen und ich mag das ich mag das auch ich weiß nicht ob es gibt eine serie da gibt es diese doppelte unendlichkeit also zweimal das unendlichkeitszeichen und ich mag die serie halt sehr gerne und dementsprechend hat dieses zeichen für mich halt auch eine schöne bedeutung nämlich dieses ich mag dich unendlich mal unendlich das sagen die da immer die tochter zu ihrem vater in den erinnerungen und dadurch finde ich das irgendwo so was ganz schönes wie man jemanden ich unendlich mal lieben kann und genau also dadurch hatte ich mir gedacht mache ich das ganz gerne zu den basics noch mal also die strukturpaste ich habe die feine genommen weil ich es gibt noch gröbere und meine ist jetzt weiß ich weiß dass es die auch in farbe gibt ich habe mich aber bewusst eigentlich für die weiße entschieden weil ich ja dann eben selber noch mal die farbexente selber setzen möchte und da würde glaube ich so eine farbe sind dann so ein bisschen irritieren irgendwo schon dann so ein bisschen schauen dass ihr gut auch die paste da auftragt also die masse auch an den rändern das wirkt sonst so ein bisschen merkwürdig weil das in der regel nicht der gleiche weiß ton ist und dann versucht das so schön glatt wie möglich zu machen ja es muss jetzt nicht picobello sein weil sonst kommt dieser schöne strukturfaktor ja dann wieder nicht so richtig hervor aber so ein bisschen wissen schauen dass das so ein bisschen schön glatt aussieht und damit eben auch dann wenn man seine eigenen sachen dort rein ja nennt man das gravieren ich weiß das gar nicht genau mit diesen was ihr unten schon liegen seht also dadurch müsst ihr dann mal schauen wie das für euch für euren inneren nerd halt auch so ein bisschen oder monk wie da so ein bisschen für euch da am besten euch das auch gefällt beziehungsweise wenn ihr das schenken wollt wo ihr wisst okay der mag das so dann macht er das halt schon mehr in dem stil von natürlich vom anderen und wie gesagt ich habe jetzt geschaut dass es für mich relativ gut und glatt aussieht ich wusste ja zum beispiel wo ich das motiv halt hin machen möchte da war es dann nur bedingt so wichtig dass es extrem glatt ist und genau ein bisschen zeit sollte da immer mit einplanen ich habe es jetzt minimal schneller gemacht also nicht wundern wenn es ein bisschen schneller wirkt aber nicht allzu schnell weil ich dachte nee dass man sollte das schon aussehen wie gut man das halt macht und eigentlich nimmt das nicht viel zeit in anspruch das einzige was wirklich viel zeit in anspruch nimmt ist das trocknen lassen ich habe es in der regel mindestens einen tag trocknen lassen dann hatte ich mal geguckt ob es gut ist vielleicht ist es auch schon nach weniger getrocknet aber für mich war das jetzt ein tag manchmal habe ich auch länger weil ich ja meistens nur am wochenende das ganze mit dem basteln mache und ich mir sonst einfach die zeit fehlt und übrigens der große topf der hält jetzt schon relativ lange der hält jetzt für ein relativ großes bild und für die diese zwei kleinen wo ich jetzt die das herz und das unendlichkeitszeichen gemacht habe ja und dann habe ich so ein bisschen geguckt wie funktioniert es am besten Entschuldigung ich muss tusten und das war gar nicht so einfach diesen diesen spachtel so zu drehen wie man sich das gerne wie es am besten aussieht also ich kann es gar nicht beschreiben man muss schon so ein bisschen schauen ich habe dann auch wieder von vorne angefangen das ist auch so ein vorteil beim akrylik puring bei resinen man kann nicht von vorne anfangen also klar kann man man fängt einfach komplett von vorne an aber man hat nicht so die korrekturmöglichkeiten die man jetzt eben bei der strukturpaste hat was ich ja unglaublich schön finde dass ich da einfach mehr 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 möglichkeiten auch habe und das hatte ich ja beim herz schon dass ich so ein bisschen schauen musste wo fängt man zum beispiel am besten an damit diese flüssig also man sollte wenn möglich also beim unendlichkeitszeichen oder auch beim herz hatte ich das absetzen total ungünstig ist hatte ich jetzt auch dann war da ein knick dann war da ein knick dann wusste ich nicht genau wo lass ich es jetzt am besten auslaufen und da da probiert man sich einfach so ein bisschen aus und versucht wenn es dann für einen vollkommen okay ist dann passt es ich habe es dann auch noch versucht eben mal nach zu justieren und dann hatte ich eben so ein bisschen geschaut wie sieht es aus wo kann ich jetzt dann doch noch irgendwie was hin machen habe mich dann für die ecken entschieden dass die auch noch so ein relief kriegen hab's heute nicht so mitreden genau und auch da musste ich eben mal korrigieren weil ich festgestellt habe dass das nicht so funktioniert hat wie es mir vorgestellt habe und genau also dadurch während ich jetzt hier sind noch ausprobiere ich das ist das letzte video für dieses jahr ich werde es auch nicht am sonntag hochladen sondern am samstag beziehungsweise vielleicht mache ich es auch schon morgen also heute ist donnerstag wo ich es jetzt fertig mache und ich bin mir noch nicht genau sicher ihr werdet sehen wann es jetzt hochgeladen wurde und weil ich glaube dass am ersten ersten fähre ich nicht wirklich jemand schaut und ich hatte es jetzt auch schon zu weihnachten so richtig haben die videos keiner geschaut ich sag mal ich habe eh noch nicht so viele die jetzt regelmäßig schauen die videos aber ich wünsche mir natürlich dass die videos auch geschaut werden wenn wenn ich mir die mühe auch mache auch wenn ich es ja für mich selber ja auch mache also das ist immer so ein ich weiß nicht ob ich es mal erzählt habe so ein erinnerungsfaktor den ich mir damit auch schaffe mit dem youtube kanal wo ich auf dinge zurückgreifen kann die mir wichtig sind und ähnlich mit der musik die musik ist für mich selbst wenn ich irgendwann mal ganz viele abonnenten hätte mit der musik könnte ich auch gar kein geld verdienen aufgrund dessen weil da stecken urheberrechte dahinter also dementsprechend da ich glaube manchmal ist das video noch gar nicht ganz hochgeladen melden schon ganz viele ihre urheberrechte an und darum geht es meistens auch gar nicht sondern ich möchte halt erinnerungen schaffen erinnerungen für die bands für mich selber weil das eben wunderschöne abende sind die ich dann hatte und ja ich danke auf jeden fall allen abonnenten die einfach auch da sind die fleißig schauen die short videos schauen und so wir sind so groß gewachsen in diesem jahr und ich freue mich mega also vielen vielen dank von herzen und ich wünsche euch auf jeden fall erstmal einen guten rutsch und hoffe dass ihr da einen schönen abend habt und ich hoffe dass ihr natürlich nächstes jahr noch mit dabei seid und ja dementsprechend ist es für mich eine schöne sache und deswegen habe ich mich auch entschieden doch noch ein video für dieses jahr hochzuladen und ja genau ihr habt gesehen ich hatte dann trocknen lassen und habe dann eben das ganze mit so einer schönen goldenen farbe gold bronze farbe gemacht und ich finde es sehr schön ich glaube rückwirkend hätte die ist vielleicht so ein bisschen länger gezogen die also dass das nicht mehr wie eine acht aussieht sondern wirklich ein bisschen anders aber ich glaube daraus lernt man für die zukunft dass dass man da halt so ein bisschen noch mal schaut wie man es am besten macht und genau das ganze habe ich dann eben auch für moment noch mal trocknen lassen und jetzt steht es dann bei mir und ich freue mich und habe da so ein bisschen spaß dran dass ich da zwei kunstwerke also das herz was ich ja vor zwei wochen glaube ich hochgeladen habe und oder vor drei wochen und eben jetzt das gold mit dem unendlichkeitszeichen und ja ich hoffe euch gefällt es auch falls ihr fragen habt zu der strukturpaste fragt gerne ich versuche da so gut wie möglich mich dann drum zu kümmern dass ihr die antworten auch bekommt und ansonsten wäre ich bestimmt auf jeden fall noch mal ausprobieren mir vielleicht fällt mir noch irgendwas schönes ein was ich damit ausprobieren kann übrigens beim anmalen die kanten nicht vergessen ist auch eine schwachstelle manchmal von meiner seite her aber wie gesagt das ergebnis ist toll ich verabschiede mich schon mal für dieses jahr und wünsche euch eine wunderschöne zeit jetzt noch und ich freue mich auf nächstes jahr und bis bald tschüss tschüss tschüss